Computer, was nun? Hab ich's mir doch gedacht. Was denn? Ich hatte so eine Ahnung, wo du stecken könntest. Im Computerraum. Du weißt doch, dass ich ein überzeugter Computerfan bin. Ich mache keinen Hehl daraus. Wie kommt das denn? Du hast eben selbst gesagt, dass du weißt, wo ich die ganze Freizeit verbringe. Deine Computergeschichte hat schon vor vielen Jahren angefangen. Alle Texte für die Schule tippst du immer auf dem Computer. Sie sehen doch gedruckt besser aus als handschriftlich. Und dazu dauert es zu lange, wenn ich in der Hand schreibe. Beherrschst du denn das Zehn-Finger-System? Ein bisschen schon. Und im Kopf rechnest du auch nicht mehr? Doch, es kommt schon mal vor. Setzen eure Lehrer voraus, dass ihr eure Referate auf dem Computer schreibt? Es wird eigentlich nicht vorausgesetzt, aber akzeptiert und gern gesehen. Tja, aus deinem Leben ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Du hast recht. In unserem Informationszeitalter kommt man ohne Computer nicht aus. Siehst du denn dabei keine Gefahren? Welche denn? Man kann sich vom Computer abhängig machen. Ach, Quatsch. Doch. Viele Kinder sitzen tagelang am Computer. Der Computer setzt ihnen ihre Freunde. Der Computer ist eigentlich nur eine Rechenmaschine. Kann schon sein, aber einige halten ihn für ein Lebewesen. Solche Leute haben nicht alle Tassen im Schrank. Trotz der Spracherkennungssysteme bleibt der Computer bloß ein Gerät, das den Leuten schwierige Aufgaben abnimmt. Weißt du, man kann eigentlich verrückt werden. Neulich habe ich gelesen, dass man mit dem Computer sprechen kann und er beantwortet deine Fragen ganz lakonisch und trifft immer ins Schwarze. Oder ist das eine Ente? Ich kann ein Lied davon singen. Es ist schon lange her, dass solche Systeme entwickelt wurden. Ist künstliche Intelligenz für dich ein Begriff? Etwas habe ich davon gehört. Diese sogenannten intelligenten Computer schafft doch ein Mensch. Zahlreiche Aufgaben übernimmt der Computer und kommt damit vortrefflich zurecht. Da kann der Mensch gegen diese höchst kluge Maschine nicht ankommen. Stopp. Und Emotionen? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Menschliche Emotionen kann der Computer nicht nachahmen. Noch keiner hat ihm das bisher beigebracht. Es kann aber in Zukunft dazu kommen. Kann sein. Doch maschinelle Übersetzung ist ein Kapitel für sich. Viele Programmierer quälen sich damit ab. Da bin ich aber gespannt. Braucht man dann keine Übersetzer mehr? Doch. Gegenwärtige Systeme sind imstande, nur Rohübersetzungen zu erzeugen, die dann ein menschlicher Übersetzer noch nachbearbeiten muss. Also diese Systeme bringen jedoch schon einen Zeitgewinn und auf solche Weise können die Leute ziemlich viel Zeit sparen. Genau. Der Computer ist bloß ein Werkzeug und kann einen Menschen nicht ersetzen. Alles klar. Und was machst du da? Ich habe jetzt Programmieren als Wahlfach im Unterricht. Möchtest du eine Karriere in der Computerbranche machen? Warum nicht? Kannst du ein Programm schreiben? Ab und zu versuche ich mich an einem Algorithmus für ein Computerprogramm, bei dem ich beliebige Datenmengen so sehr komprimieren kann, dass diese ganz klein werden. Ach so. Und wozu brauchst du das? Dann könnte man zum Beispiel ganze Spielfilme, die auf DVD sind und sehr viel Speicherplatz in Anspruch nehmen, in ein paar Minuten per Internet verschicken. Auch gibt es noch sehr viele andere Möglichkeiten, um so ein Programm sinnvoll einzusetzen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es solche Programme schon. Das schon. Diese Arbeit meiner Meinung nach aber noch nicht gut genug. Aber das wird wohl lange ein Traum bleiben. Wieso denn? Erstens fehlen mir die Kenntnisse und zweitens ist der Zeitmangel auch ein Problem. Das Ganze kannst du dann abends und am Wochenende machen. Das stimmt. Aber bald haben wir eine Prüfung in Informatik. Echt? Wir auch. Könntest du mir Grundbegriffe erklären? Aber sicher. Komm bei mir morgen Abend vorbei. Abgemacht. Zu Hause bei Alexander. Also, fangen wir an. Die wichtigsten Bestandteile eines Computers sind der Bildschirm, die Tastatur, der Drucker, der Scanner und der Systemblock. Und drinnen gibt es so ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel ein RAM, ein Prozessor, eine Festplatte, ein CD-RW-Laufwerk. Entschuldigung, ich falle dir ins Wort. Ist die CD-ROM ein Datenträger? Ja, schon. Das ist die Abkürzung für Compact Disc Read-Only Memory. Das ist eigentlich eine optische Speicherplatte, auf der Daten festgehalten werden. Und wie funktioniert das alles? Der Laserstrahl des Rechners tastet die Daten im sogenannten CD-ROM-Laufwerk ab. Die DVD kam später, stimmt's? Die DVD kann als Nachfolgerin der CD bezeichnet werden. Die DVD-Laufwerke arbeiten mit einem roten Laserstrahl. Und was ist eine Festplatte? Das ist auch eine Art Datenträger, der im Systemblock befestigt ist. Und Informationsaustausch erfolgt durch Disketten. Genau. Die Wechselplattenspeicher unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Speicherkapazitäten, Zugriffszeiten und Datenübertragungsraten. Guck mal her, hier ist die SIP-Diskette. Darauf können wir 100 MB Informationen speichern. Tatsächlich? Eine Menge. Weißt du, ich habe einige Informationen da im Rechner. Ich muss bloß die richtige Datei finden. Toll. Ach schön, gefunden. Mach mal bitte den Drucker an. Ich druck das aus. Welchen Drucker hast du denn? Es gibt ja drei Arten. Nadel-, Tintenstrahl- und Laserdrucker. Ich habe einen Tintenstrahldrucker. Guck mal da. Einige Buchstaben sind auf einmal weg. Warte mal. Ich muss alles dringend auf Viren prüfen. Viren? Das sind im Prinzip nichts anderes als kleine Programme, die sich wie biologische Viren von selbst vermehren. Und wie kann der Rechner angesteckt werden? Ganz einfach. Per infizierte E-Mail oder Datei. Wie kann man sich vor Viren schützen? Keine Daten austauschen. Das ist der hundertprozentige Schutz. Fahr bitte fort. Ein Virus kann sein zerstörerisches Werk beginnen, wenn ein von ihm infiziertes Programm gestartet wird. Und wenn er einmal einen Computer befallen hat, kann er dort alles Mögliche anstellen. Da ähnelt der Computer einem Menschen. Hast du noch unser voriges Gespräch im Kopf? Mach dir keine Sorgen. Der Computer kann an Viren kaum sterben. Alex, aus allem machst du Spaß. Und wie viele Virenarten gibt es? Gegenwärtig etwa 15.000. Aber täglich kommen neue dazu. Die Szene der Virenschreiber ist ausgesprochen aktiv. Im Radio habe ich einen Bericht gehört, dass die Virenentwickler meistens männlich und zwischen 14 und 21 Jahre alt sind. Wenn sie erwachsen sind, hören sie mitunter auf, Viren in Umlauf zu bringen. Verdammt! Mein Word-Dokument ist angesteckt. Das ist vermutlich ein Makrovirus. Einen Moment bitte. Ich hole gleich ein Virenschutzprogramm. Wie hast du diesen Virus entdeckt? Mit einem Virenscanner. Dieses Programm vergleicht jede Datei mit einer Dateibank aus Tausenden von Fingerabdrücken. Wenn sie eine Übereinstimmung findet, weiß die Software, mit welchem Virus sie es zu tun hat. Sie säubert die Datei und stellt die ursprüngliche Struktur her. Warum lassen sich dann die Leute einschüchtern, wenn alles repariert werden kann? Es werden, wie gesagt, täglich viele neue Viren entwickelt und dazu braucht man ein wirksames Gegenmittel. Hast du einen Internetzugang? Ja, ich surfe sehr oft im Netz. Und wozu braucht man ein Modem? Es wandelt Computerdaten so um, dass sie über das Telefonnetz übertragen und beim Empfänger in Computerdaten zurückverwandelt werden können. Es gibt aber auch Standleitungen. Und was hältst du vom Chatten? Zeitvergeudung. Aber einige können davon nicht genug bekommen. Ich habe im Internet meine Website. Sie ist in HTML programmiert. Du kannst sie dir mal angucken. Kann man da auch Kyrillisch tippen? Das ist mein Wunderpunkt. Als ich im April in Russland war, habe ich mir dort ein paar Computer-CDs und eine Windows-CD gekauft. Nun will ich diese auf meinen Computer installieren. Aber ich habe Probleme damit, die Schrift auf Kyrillisch anzeigen zu lassen. Ich habe versucht, alle möglichen Einstellungen zu ändern. Leider hat das noch nicht geklappt. Das wirst du sicher noch schaffen. Neulich habe ich ein Programm aus dem Netz heruntergeladen, das schnelles Tippen beibringt. Das Zehn-Finger-System? Genau. Kannst du es mir nachher ausleihen? Aber sicher. Weißt du, ich grübel sehr oft, wie unsere Computer-Zukunft aussehen könnte. Was ist denn in dich gefahren? Nach unserem Gespräch sind mir komische Sachen eingefallen. Welche denn? Der Computer ist mein Anrufbeantworter, mein Bildtelefon, mein persönlicher Assistent. Er verwaltet meine Termine und Adressen, meine Post und meine Freizeit. Er sagt dir guten Morgen und hält dich über alles auf dem Laufenden. Stimmt's? Schon möglich. Weißt du, ich möchte im Moment eine Wohnung mieten. Und mein Computer berichtet, ihr digitaler Immobilienspürhund hat ihre Traumwohnung gefunden. Der Termin für die Besichtigung und Vertragsunterschrift ist am Freitag in der Gartenstraße. Du träumst ganz schön. Wünschst du dir einen Computer auf dem neuesten Stand der Technik? Das kann ich mir nicht absprechen. Wir haben heute eine ganze Menge geschafft und brauchen Abwechslung. Machen wir eine Kaffeepause. Von mir aus. Winterfeste. Hallo, Lea. Wir haben eine Aufgabe in der Schule bekommen, über Feste und Bräuche in Deutschland zu erzählen. Könntest du mir dabei helfen und mich darüber etwas aufklären? Selbstverständlich. Über welche Feste möchtest du etwas wissen? Über die Feste im Winter. Das wichtigste und größte Fest in Deutschland ist Weihnachten. Man feiert es wie in fast allen europäischen Ländern am 25. und 26. Dezember. Bist du sicher? Ich habe gehört, dass der 24. Dezember auch ein Feiertag ist. Ja, schon. Ein sogenannter halber Feiertag. Die meisten Geschäfte sind nur bis mittags geöffnet. Und am Abend versammelt sich die ganze Familie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum. Die Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Wie heißt eigentlich der 24. Dezember? Heiligabend. Wenn man den ganzen Abend frei hat, kann man was unternehmen. Man kann zum Beispiel ins Konzert oder in die Disco gehen. Nein, das kannst du nicht machen. An Heiligabend sind fast alle Kinos, Cafés, Discos geschlossen. Denn alle verbringen den Abend im engsten Familienkreis. Und einige Tage vorher sollte man nochmal aufräumen. Tja, ein guter Anlass zum Saubermachen. Kommen wir zur Sache. Übrigens, Weihnachtet ist schon ab dem 1. Advent. Und die Kinder haben einen Adventskalender, der ihnen in den 4 Adventswochen die Wartezeit vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend überbrücken hilft. Das tägliche Öffnen eines Türchens erhöht die Spannung. Den 1. Adventskalender druckte Gerd Lang im Jahr 1904 in München, der dann rasch Verbreitung fand. Woher weißt du denn das? Aus einem Buch. Der Titel ist mir leider entfallen. Die Adventszeit ist meiner Meinung nach die schönste im Jahr. Die beginnt vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest, oder? Genau. In Kirchen und Wohnungen werden Adventskränze mit vier Kerzen aufgehängt. Am ersten Adventssonntag wird die erste Kerze angezündet. Am zweiten die zweite. Und am vierten Adventssonntag brennen schon alle vier Kerzen. Das sieht bezaubernd aus. Tja, ein märchenhafter Anblick. Sowas möchte ich mal erleben. Und besonders bunt und lustig geht es in dieser Zeit auf dem Weihnachtsmarkt zu. Ein berühmtes in Nürnberg, nicht wahr? Er heißt Nürnberger Christkindlesmarkt. Liegt inmitten der liebenswerten Altstadt. Es wimmelt von Rauschgold, Engeln und Zwetschgenmänneln, die übrigens beliebte Sammelobjekte sind. Zu Weihnachten ist die Flut von Touristen riesig groß. Nürnberg zieht sie halt magnetisch an. Da hast du völlig recht. Außerdem findet da jedes Jahr an einem Abend im Dezember der größte Kinderlaternenzug durch die mittelalterlichen geheimnisvollen Gassen statt. Ich habe sogar eine Legende vom Rauschgoldengel gehört. Der Puppenmacher Balthasar Hauser soll den ersten Engel gebastelt haben, als seine Tochter totkrank war und dem Vater von ihren Erscheinungen erzählte. Der Name Rauschgold ist auf den Glanz des Messings zurückzuführen. Woher aber kommt das Zwetschgenmännle? Es existiert seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Arme und Beine bestehen aus gedörrten Pflaumen. Südlich des Mainz heißen Pflaumen Zwetschgen. Lebkuchen, Glühwein, Rostbratwürste und Früchtebrot gehören ebenfalls zum Weihnachtsmarkt. Hm, den süßen Versuchungen kann wohl kaum jemand widerstehen. Regelmäßig werden im Advent alle Naschrekorde gebrochen. Weit über 130 Millionen Euro geben die Bundesbürger für Lebkuchen aus. Echt? Obwohl ich Deutsche bin, habe ich das nicht gewusst. Aber das konnte man wohl vermuten. Auf den Weihnachtsmärkten herrscht ein großer Trubel, aus dem man einige Tage lang nicht herauskommen kann. Man verkauft und kauft da Tannenbäume, Kerzen, Tannenbaumschmuck, Weihnachtspyramiden, Weihnachtsgeschenke und vieles andere. Die Leute sind bester Laune und lustig trotz des herrschenden Gedränges. Man singt Weihnachtslieder oder hört sich wenigstens eine Weihnachtsplatte an. Man kauft verschiedene Geschenke und verteilt sie. Weißt du, ich schmücke den Christbaum sehr gern. Ich auch. Ein Weihnachtsbaum stand schon im 16. Jahrhundert in den Wohnungen. Damals gab es keinen Tannenbaumschmuck und man schmückte ihn mit feinem Gebäck. Etwas später kamen Kerzen, glitzernde Ketten und schöne Schmucksachen dazu. Könntest du mir bitte den Unterschied zwischen den Wörtern der Christbaum, der Tannenbaum und der Weihnachtsbaum erklären? Das kommt darauf an, in welchem Teil Deutschlands im nördlichen oder südlichen man ist. Der Begriff Weihnachtsbaum gilt für ganz Deutschland. In Norddeutschland pflegt man Tannenbaum zu sagen und in Süddeutschland Christbaum. In der Westschweiz gebraucht man für die Bezeichnung des Weihnachtsbaumes auch das Wort Christbaum. Warum denn gerade der Christbaum? Weihnachten ist doch das Fest der Geburt Christi. Alle Kinder warten mit Ungeduld auf dieses Fest, weil sie beschert werden. Am Heiligen Abend beschenkt der Weihnachtsmann die Kleinen. Ich weiß, dass der Weihnachtsmann auch andere Namen hat. Du hast recht, zum Beispiel Santa Claus. Und in Russland nennt man ihn Väterchen Frost. Ich habe auch was über den Nikolaus gehört. Sein Namenstag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron und Freund der Kinder. Die Nikolausbräuche sind unterschiedlich. Das kommt auf das Land an. Weißt du, vor kurzem habe ich zu meinem Erstaunen erfahren, dass der österreichische Nikolaus normalerweise mit Krampus kommt. In Deutschland heißt er Ruprecht. Wie sieht er denn aus? Hm, da bin ich überfragt. Ich glaube wie ein Großvater. Hat buschige weiße Augenbrauen und einen weißen langen Bart. Da es im Winter eiskalt ist, hat er eine rote Zipfelmütze mit weißer Bommel auf. Und ohne einen roten Mantel im weißen Besatz kann er nicht auskommen, damit untergrimmige Kälte draußen herrscht. Und über die Schulter hat er einen großen Sack mit zahlreichen Geschenken, Süßigkeiten und Leckereien. Aber das ist alles nur für brave Kinder bestimmt. Ja, das schon. Und für unartige Kinder hat er Routen mit, mit denen er ihnen eher Angst macht, als sie zu bestrafen. Sich als Weihnachtsmann zu verkleiden ist ein guter vorweihnachtlicher Job für Studenten. Ich habe in einem deutschen Magazin gelesen, dass die Eltern jederzeit für rund 50 Euro einen Weihnachtsmann ins Haus bestellen können. Das ist eine gute Idee, um sein Taschengeld aufzubessern. Und in ländlichen Gebieten ist es noch heute üblich, dass ein Verwandter oder ein Bekannter als Nikolaus auftritt und Geschenke verteilt. Dafür aber müssen die Kinder ein Gedicht aufsagen. Der unsichtbare Nikolaus ist am 6. Dezember im Spiel, indem er seine Geschenke in die Schuhe steckt. Genau. Es gibt eine Sitte, am Abend zuvor blank geputzte Stiefel vor die Tür zu stellen oder Socken an den Kamin zu hängen. Klasse. Deutsche Kinder haben Glück. Sie bekommen Geschenke am Nikolaustag, danach werden sie zu Weihnachten beschert und zum Neujahr bekommen sie auf jeden Fall auch was geschenkt. Nein, da gibt es nichts. Zum Neujahr bekommt man nichts geschenkt. Tja, so ein Pech. Und die Eltern laufen sich die Füße wund, um das Richtige für ihre Kleinen zu finden. Zum Glück sind alle Geschäfte auf den Ansturm der Käufer vorbereitet. Wie hast du Weihnachten in diesem Jahr gefeiert? Gemütlich im Familienkreis. Zuerst sind wir in die Kirche gegangen, obwohl du weißt, dass ich nicht so gläubig bin. Aber es gehört sich einfach so. Dann haben wir gemütlich bei einem Glas Punsch gesessen. Endlich durfte ich Stollen essen, der schon wochenlang vorher gebacken wurde. Natürlich hat Weihnachten viele Geschenke gebracht und eine Woche später haben wir Silvester gefeiert. Silvester ist am 31. Dezember. In Russland feiert man Silvester als Familienfest. Bei uns ist das nicht der Fall. Es wird meistens im Freundeskreis zu Hause oder in einer Gaststätte bei Flotter Tanzmusik gefeiert. Geschenke sind nicht üblich. Getrunken wird Bier, Wein und Sekt. Es gibt ein prächtiges Feuerwerk, das oft zur Erhöhung der Stimmung beiträgt. Alle sind mit Heiterkeit und Lebensfreude erfüllt. Na, habe ich deine Neugier gestillt? Ganz und gar. Untertitelung des ZDF, 2020